Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Hexit. Mit dabei haben wir heute, wie heißt du noch gleich? Äh, warte. Äh, Daniels. Ach ja, genau, Daniels. Ach ja. Ich bin müde. Okay, ähm, ja. Wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Hexit und wir gehen mal auf den Server. Daniels, join the game. Mhm. So würde es klingen, wenn ich verschlafen wäre, was ich natürlich nicht bin. Mir geht's gut, ich bin toll. Hust, hust. Ich bin überhaupt nicht verschlafen. Nein, es leckt. Nö, nö. Ja. Ah, jetzt geht's. Ähm, du hast nicht zufällig Essen. Pupu. Pupu. Jetzt verstehst du auch, warum ich, äh, nein, nicht mit Pupu geschrien hab. Du hast nicht zufällig Essen. Warte, ich renn grad nach Hause. Hier ist ein Bett, ich kann mich schlafen legen, find ich toll. What? Oh, nö, sag mir nicht, das ist ne Biene. Äh, keine Ahnung. Ne Biene ist in meinem Zimmer. Ähm, Dennis und die Biene. Jetzt, ne, äh, ich meine, bald auch in ihrem Kino. Oh. Hm. Alter. Auf einmal macht's so... Wir senden jetzt live in Dennis' Zimmer. Er und seine Biene und, und, yay. Mann. Hey, hier sind Schweine. Ich kann mir selber Essen holen. Ich war mal der übelste Tierquäler aller Zeiten. Ich habe mein Deo benutzt. Ich bin zu doof, dazu das Schwein zu schlagen. Oh, jetzt ist es runtergefallen. Wenn ich ne Biene töten möchte, habe ich es so lange mit Deo bespült, bis es endlich mal geklaut ist. Oh mein Gott. Wie nett du bist. Hier ist eine Kuh. Eiskalt. Ja, ich bin auf dem Heimwinchen. Ach, übrigens, man kann meine Sounds endlich hören. Oh, und genau diesen... Ich weiß nicht, warum es letztes Mal nicht ging, aber ich war zu faul nachzuprüfen. Ab nach Hause. Irgendwie dachte ich gerade, dass mein Mikrofon hochgeklappt wäre. Keine Ahnung, wieso. Unterwegs schnappe ich mir einige Kühe. Schlag die Kuh mit dem Stock! Ich habe keinen Stock. Ich habe so ein Langschwert und einen Raper. Also, normale Menschen würden sich ja über Hexit informieren, bevor sie spielen. Aber Menschen wie ich spielen einfach. Aber so ist der Spaßfaktor auch höher. Ja, so, als ich noch im Hexit-Projekt war, bei dem anderen, habe ich mir manchmal schon gesagt, okay, und das ist jetzt was? Hallo, Daniels! Hallo! Komm, Knuddel! Durch! Nein, 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 nein. Ich mache das nur mit einem Schwert. Und wenn ich Rechtskick mache, dann boing, 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 boing. Grünje Vogel! Da, grünje Vogel! Und mit dem gehe ich noch so nach vorne. Das sah gerade aus, als wärst du so ein Zombie. Oder so ein, äh... Ich sehe es nämlich selber nicht. Ja, warte, ich... Oh. Oh, der ist hier runtergefallen. Kein Boot gemacht. Sich selbst. Komm her, Kuh. Ähm, ich mache dir nächstes... Ich mache nächstes Mal einen Screenshot, dann zeige ich dir das. Warte. Ich kann auch deine Aufnahme gucken. Ja, kannst du auch machen. Stimmt. Aber sowas würdest du ja nie tun, äh. Nö, nö, nö. Ich nutze meine freie Zeit lieber, indem ich stifte, sortiere und... Ja, genau. Nö, nö, du, du fütterst deine Fische. Oh, ich schicke sie zum Krieg. Ach ja, du und deine Fischarmee, ne? Ja. Ich habe Wölfe, er hat Fische. Passt zwar überhaupt nicht zusammen, aber... Das ist... Die Kuh mag dich. Guck mal, sie mag dich. What the fuck? Oh, jetzt mag sie dich nicht mehr. Warte, du bekommst... Ich liebe dieses Schwert. Warte, 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 warte. Du bekommst eine pinke Crafting Table. Da, da, da. Aber ich mag kein Pecken. Doch, du magst jetzt Pinke. Aber ich mag lieber Blau. Hey, schlag mich nicht. Autsch. Oh, das ist, ähm... Oh, ich bin erster. Nein, verdammt, ich kann nicht rennen. Ich schicke mich. Ich scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Nee. Haha. Oh Gott. Guck mich nicht so derpyhaft an. Was habe ich eigentlich alles schon im Inventar? Uh, Star Pieces. Ich habe immer noch keine Ahnung, was man damit macht. Du kannst erst, ähm... Also, drück mal A zuerst. Wo? Dann geh auf... Wieso A? E meinte ich, sorry. Mit A gehe ich zur Seite. Ja. Ja. Aber nicht draufklicken, sondern nur mit dem Kursor dorthin. Ja. Dann Steuerung und dann R drücken. Dann bekommst du so ein, äh, Rezept, was du da alles machen kannst. Okay. Oh, oh, eine Spinne. Da. Storn. Oh, Hilfe. Mach, Butt. Ah. Es leckt. Ja, ich nach. Hallo. Ich weiß ein Hase. Sollte man nicht unter anderem was Produktives... Oh, wie knuffig! Hallo. Da ist die Produktivität gewesen. Genau. Nee. Da. Da ist eine Kuh hinter dir. Sie kommt zu dir. Sie mag dich. Oh Gott. Ih, Kühe. Oh, ich sollte essen. Okay. Ich habe nichts. Guck mich nicht so an. 20 rohes Fleisch. Okay, dann schalke ich dich mit einer Schokobohfeder. Nimm mein Essen und lass mich in Ruhe helfen. Ähm. Okay, du willst was Produktives machen. Ähm. Willst du dir nicht eine Stelle suchen, wo du dein Haus baust? Wäre nicht schlecht, ne? Aber ich sollte mir erstmal irgendwie was... Du bist eine Miese. Was denn? Läuft einfach so durch und... Hihihihi. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Oh, hier sind Äpfel. Äpfel. Ähm. Willst du überhaupt meine Stelle markieren? Ähm, ähm, wenn du mir erklärst, wie? Ich weiß es nicht. Drück M. Ja, warte. Mhm. Dann hast du Überblick auf die Karte. Ich glaube, ich sehe Danis Haus. Jetzt musst du mit Rechtsklick auf... Ja genau, das ist Danis Haus, da ganz oben links. Ah, Marker Name. Genau. Gruppe ist scheißegal, kannst du irgendetwas nennen, wie Baumkuchen oder sowas, was ich. Ach, da bin ich einfach so... X-Marker minus 16... Achso, das sind dann die Koordinaten, ne? Ja, dann... Oh, ne... Äh, tu was! Ich krieg grad nichts mit. Ja. Achso, Dani hat nur so ein Mini-Haus, oder was? Hä? Dani hat... Oder was ist Dani ist da? Auf der Karte sieht das groß aus. Auf der ganz großen Fläche ist so ein... Da war schon mal... Das ist nochmal eins. Nein, er darf nicht, nein! Oh, ey. Nein, nein, nein! Äh, ja. Ist das beschützt, dass du zu kommen? Oh, wie beschützt ist das so schön. Ich geb's dir. Ähm. Nein, behalte es. Ja, gut, dann behalte es. Mir auch egal. Ach, du hast eine Karotte gedockt. Ich kann's halt. Oh, gut. Ey, geh mir die Karotte, ich will die... Äh, äh, pflanzen. Hier. Dani ist hinter dir. Achso. Warte, ich kann grad nicht. Willst du den Kopf haben? Äh, achso. Ja, kannst du. Ah, da. Uh. Jetzt bin ich voll sexy. Oh, Gott. Brains. Oh, Gott. Oh, Gott. Mein Schwert ist kaputt. What the fuck? Hallo. Mein Long Sword ist broken. Guck mal, wie das aussieht. Das ist kaputt. Es ist kaputt. Nein, 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 nein. Los, gib mir dein Gehirn. Gib's mir. Nein. Ähm, Dani ist da will jemand knuddeln. Guck mal, ich hau ab. Guck mal, ich hau ab. Los, geh zu Dani ist knuddeln. Mein Level, guck. Kein Level. Ach komm, er wollte doch nur knuddeln. Wie kannst du nur so gemein sein? Äh, hallo, Thaddeus. Nase. Ja, das bist irgendwann mal du. Nee, ganz im Gegenteil, das sind die Zombie-Dopfen. Ja, da werde ich schon zum Zombie. Ja, er ist infiziert. Renn. Da ist schon wieder eine Kuh. Ist das dein Haus? Ein Haus. Da ist ein Haus. Ich gehe zum Haus. Mir ist langweilig. Wo ist ein Haus? Was ist so dort? Renn the distance auf. Leck mich am Arsch. Ach so, das ist das, was ich auf der Karte gesehen habe. Ah. Uh. Wo ist denn überhaupt Danis Haus? Ach, da warst du ja noch nicht. Nein. Wir gehen Dani besuchen. Äh, wo bist du hin? Ah, da ist ein Enderman. Jetzt haben sich meine Fische auch erschreckt. Äh. Wo bist denn du? Wo bist du hin? Rauf gelaufen. Lass mich nicht allein. Ach Mädchen. Ich bin auf dem Dach. Das ist mir doch egal. Lass mich nicht allein. Ich habe dich gesehen. Ich weiß aber. Du kannst doch nicht. Ja, diese Richtung. Diese Richtung. Da hin. Da, da, da. Darf ich mich wieder verlaufen? Das finde ich toll. Ui. Oh, oh Gott. Da nicht runterfallen. Äh. Das sieht tief aus. You don't say. Das sieht schick aus eigentlich. Ich höre Skelette verbrennen. Zum Tag? Die ist nämlich gar nicht. Die ist alles nebelig. Hilfe. Lass ihn schweigen. Ach, komm schon. Ah. Scheiße. Das sind diese Schwinden gewesen. Fuck. Lauf, lauf. Nein, nein. Ich habe Angst. Was war das? Scheiße. Ein Quieper, ne? Oh Gott. Ich werde sterben. Nein, Dennis. Nicht sterben. Was machen nochmal diese komischen Portale, die hier plötzlich so rumstehen? Dennis, nicht sterben. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich werde sterben. Ich bin tot. Wir sind nur. Ach, nö. Oh, Titel ist green. Meine Sorgen. Oh. Ich darf ja jetzt auch nicht mehr drauf. Ja. Nein. Oh, ich wusste das. Oh, Scheiße. Fuck. Ich dachte, ich würde das viel besiegen. Ich konnte auch nicht wegrennen, war das Problem. Ja, das ist mein Problem, weil ich habe nicht gemerkt, dass es halt diese Overpower-Spinne ist. Ich sollte... Oh, Scheiße. Mein Fehler. Aber sie hätte mich so oder so angegriffen. Ja. Ja. Oh, nicht doch, Daniels. Fuck. No. Ja, Scheiße. Oh. Bedeutet Aufnahmesperre für den Tag. Ich dachte, du würdest das sogar überleben und irgendwie außen rumkommen und meinen Grabstein holen und dann Dirty Karotti das alles wegmachen, aber... Wäre ja schön gewesen, aber sie hat mich verfolgt und, naja, ich war halt so doof und... Na, egal. Passiert. Kann man dagegen machen. Ach, komm. Irgendwann stirbt man so oder so. Warte, welche Folge ist das? Wenn die... Wenn das die Folge 10 ist, dann habe ich noch Glück gehabt. Wieso? Daniel hat so eine Richtlinie gegeben. Wenn man, äh, bis dahin stirbt, ist man Noob. Ich bin Noob. Er ist gemein. Okay, ähm, ich muss meine Aufnahmen noch beenden. Nein, muss man... Ja, wir müssen die Aufnahmen überhaupt beenden. Ja, eben. Okay, dann, dann beenden die Noobigen Noobs jetzt ihre Aufnahme und... Du bist Noob. Wir sind... Nein, du auch Noob-Noob. Ist mir egal, ob deine 10. Folge war oder so, du bist trotzdem Noob. Daniel ist es jetzt bei mir als Noob, aber... Nein, du bist Noob. Nein, nein, du. Außerdem darf ich ein Noob sein. Ich bin ein Mädchen. Oh Gott. Ja. Jedenfalls beenden jetzt die Noobinoobs, die Aufnahme und wir Nooben dann nächstes Mal weiter oder so. Was weiß ich. Tschüssi. Tschau. Tschau. T腹. Tschau. Tschau. Vielen Dank.